die richtige musik ist wichtig richtiger outfit darf natürlich nicht vergessen beim letzten ritt das wichtigste der zauberstart jetzt wieder zum eingang oben nach oben knall da drauf kostet du bist der einzige knallen darf einfach durchfahren einfach durchfahren einfach durchfahren schieß 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 klipp das mal bitte für vprime aber ich muss gerade echt dringend pimpi machen mein marco alter bitte bring ich dich um nein soll ich zum guckendv werden hier Aber hol mich, Alter, was ist da los? Ey, was machst du? Wer braucht nen Backkit? Okay. Nein. Warte so. Er ist rippt. Wofür gehört der da rippt, Mann? Scheiße. Er hat nicht gestartet. Schnell, alle hinten rein, schnell, 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 schnell. Wir stabilisieren eben noch. Dann können wir gleich das. Schlimm. Mach, mach, mach. Zwei Leute sind geübt, das kann ich nicht. Schlimm, stabilisier mich. Dann komm ich. 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 Mach zu, mach zu, mach zu. Fahr. Oh, wir haben einen zurück. Ah, scheiße. Mach zu. Mach zu. Fahr, Junge. Fahr. Fahr einfach. Das sind doch so komisch. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Dritten. Oh. Gut, ne? Er liegt. Ach so. Verpasst. Oh mein Gott. Digga, was machen die? Digga, oh mein Gott, du bist so lost, Alter. Du bist so ein Idiot, Junge. Digga, was macht ihr denn? So lost, Alter. Aber warum explodieren die nicht? Was machen die? Oh, Feli, was machen die? Steck wieder ein, steck wieder ein, steck wieder ein, komm mit, komm mit. Ey, warte mal, komm mit, komm mit. Warte, äh. Ähm. Richtig in den Norden, richtig in den Norden. Der zieht, der zieht, der zieht. Der zieht in den Norden, alle rück in den Norden. Ähm. Ich fahre gerade. Ähm. Checkt einmal hier bei mir aus, bei mir aus, bei mir aus, bei mir und haltet einfach rein. Ich bin jetzt drin. Guck, komm. Die benutzen, die haben Heldlich, die haben Heldlich, Alter, die haben Heldlich. Scheiß drauf, Digga. Komm, wir fahren zurück, wir fahren zurück, wir fahren zurück. Ey, Digga, die waren nicht. Die sind bei der Flotte alle offen, die sind alle bei der Flotte. Fesser! Ja, alle offen. Natürlich kill ich dich! Ey, Schott, komm mal runter, wir holen die ganze Zeit, äh, Leute. Ich kann nicht ziehen. Ich kann nicht ziehen. Nee, Kellner, frechdorteil, Alter. Ich hab Handschellen an und ihr schießt mich um. Ihr seid so schlecht, Alter. Können Sie über Ihren Kollegen beschweren? Können Sie über Ihren Kollegen beschweren? Was war, ey, ihr schießt Leute um, die mit Handschellen hier stehen, du Fotze? Verpiss dich, Alter, ehrlich. Das rast dich aus. Ekelhaft, wie ihr seid. Ekelhaft, wie ihr seid. Ekelhaft, wie ihr seid. Ekelhaft, ich stehe an Handschellen. Ich stehe an Handschellen. Ja, ihr Kollege. Ich stehe mit Handschellen hier. Halt dein Maul, verpiss dich. Jetzt ist es aber korrekt, von Ihren Kollegen direkt hinter Ihnen zu stehen. Um sie ja schuldschützten. Ja, genau deswegen halten Sie dir trotzdem mit Leuten rein. Die Handschellen haben. Ekelhaft, Alter. Ach so, also ihr Kollege verkauft sie so gesehen und sagen, wir sind ekelhaft. Alles klar. Bis morgen. 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 Halt die Fresse, du Fotze. Morgen. Verpiss dich. Ekelhaft. Nala, geht's dir gut? Schau, mir reicht. Nala, wo sitzt du? Nala, wo sitzt du? Nala, wo sitzt du? Da ist es nicht. Da ist es so ein Spaß. Ich lasse dich in dein Ding jetzt an. Oh, ich würde niemals schießen, ehrlich. Okay, danke, Mann. Ehrlich, korrekt. Finde ich wirklich korrekt von dir. Weißt du, was ich mir trotzdem versuchte? Ja, jetzt hörst du nicht raus, ne? Hoho! Hoho, daran hab ich gar nicht gedacht! Ich hab rückgelacht gerade, ja. Einfach... Und ich weiß, ich werd bald gebannt und ich weiß, wir gehen zusammen. Alle bauen Waffen und Mähdreschen so. ICA, ihr seid ein dummer Hurensohn. Alter, ich hab das gut umgedichtet. Aber das... Das war echt ein Lyriker, ey. Danke. Ey. Krass als Kollege. Ey. Ich bin mir diese getracht, die ich dir zu verdanken hab. Nen Zehner investiert und ich picke alle weg. Und ich fick gern Toten. Wollte zu Hasters, aber mit nem Zehner werden wir nur gefickt. Halbstand von euch. Denn ihr seid legit. Ich... Ihr seid Abschau-Mäus. Mache meine ganzen HV-Videos stolz. Bauer mit Null Null und Rage überall rein. Ich fühl hier diese Kraft, die ich dir zu verdanken hab. Die ganzen Möchte-Gang-Streamer sind Gezeichen und Lutschen bei den ganz Großen. Wollen keine echte Fans, sie wollen nur die ganz große Kohle. Halte Abstand von euch. Ihr seid nur Teuf. Ihr seid Abschau-Mäus. Mache meine ganzen Zuschauer stolz. Baue mein Business auf und werde euch ausschalten. Niemand wird euch vermissen. Bin wieder da. Mit all dem, was ich hab. Tess Miller steht für Ehrlichkeit. Herr Manometer für die Ewigkeit.